Alle Sprecher abmelden und du kannst links unten die Einstellungen, dann kannst du die Anzeigeeinstellungen wenden. Ja, ja, das ist so, wenn du verabschiedet bist, dann kannst du die Einstellungen einstellen. Ja, dann kannst du links drücken, dann kannst du reinstellen und gehen, dann Anzeige. Ja, dann kannst du dein linker Fenster ziehen, dann kannst du noch mal holen, dann schiebe, übernehmen, okay, okay, ich sage mal, es ist nicht so ruhig, ich mache mal an, wenn dann schau, wo es passt, wenn nicht, dann ist es doch so. Ja, dann kannst du ja auch mal holen, dann kannst du ja auch mal holen, dann kannst du ja auch mal holen. Ja, dann kannst du ja auch mal holen, dann kannst du einfach mal holen, dann kannst du ja auch mal holen. So כן, dann kannst du doch mal locker und CHAP-GAME. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.